Heute machen wir einfach mal einen kleinen Streifzug durch Dresden. Lasst die verschiedenen Impressionen einfach mal auf euch wirken. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, in Natur sieht alles noch viel toller aus. Kommt einfach mal vorbei in unserer schönen Stadt. Musik 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 Hey warte, nicht so schnell, nicht gleich ausschalten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, kannst du das gern hier unter dem Video markieren. Vielleicht hast du noch irgendwelche Anmerkungen, Kommentare. Auch über die würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, ganz wichtig, hier drüben kannst du den Kanal abonnieren. Dann verpasst du nichts mehr von neuen Videos. Und ansonsten, was bereits an Videos schon auf dem Kanal zu sehen ist, kannst du dort und da möglicherweise einfach mal nachschauen. Ich würde mich freuen, dich bald hier wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Tschüss!